Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, jedes Kind, das in Urlaub fährt, kennt den guten Rat. Bevor du ins Ausland gehst, schließ lieber eine private Auslandskrankenversicherung ab. Und wer, wie ich außerhalb von Deutschland, schon mal studiert oder gearbeitet hat, kennt diesen guten Rat erst recht. Sogar die Europäische Union beherzigt ihn, obwohl es eben, wie gerade schon dargestellt, allerlei Übereinkommen und Verordnungen gibt, die den deutschen Kassenpatienten zu einem Kassenpatienten in ganz Europa machen. Und umgekehrt funktioniert das nur so mittelmäßig. Und deshalb beantwortet selbst die Europäische Union ihre Mitarbeiter in Brüssel eben nicht dem belgischen Gesundheitswesen, das einen eher durchwachsenen Ruf genießt, sondern schließt für sie eine Privatversicherung übrigens bei einem deutschen Konzern ab. Aber was für EU-Beamte gut ist, muss nicht unbedingt für den Bürger gut sein, denkt sich zumindest die FDP und stellt jetzt diesen Antrag. Die Stoßrichtung ist klar. Mobilität zwischen den einzelnen Gesundheitswesen, hier vor allem zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden, soll vereinfacht werden. Grundsätzlich eine gute Sache in den Ohren von Grenzpendlern, Urlaubern oder auch der Bewohner des grenznahen Gebietes. Klingt das erstmal alles sinnvoll und richtig und ich will der FDP da auch gar nicht widersprechen. Aus diesem Grund werden wir den Antrag auch gerne gleich mit in den Ausschuss überweisen, um die Sache dort etwas eingehender diskutieren und analysieren zu können. Wir machen das aber auch mit einer gehörigen Portion Vorsicht. In ihrer EU-Gläubigkeit räumen ja viele, vor allem SPD und Grüne, immer wieder lautstark von einer Vereinheitlichung europäischer Sozialversicherungen. Für den deutschen Sozialversicherten, also zumindest für den, der rechnen kann, ist das allerdings eine Horrorvision. Denn das Leistungsniveau der deutschen Kassen ist vergleichsweise hoch. Ihre Wunschträume würden also im Endeffekt nichts anderes bedeuten, als einen neuerlichen Geldabfluss aus Deutschland an die Länder, insbesondere im Süden Europas. Dass die FDP sich von ihren Ampel-Koalitionspartnern im Bund nur unwesentlich unterscheidet, ist zwar keine Neuerkenntnis, wird aber auch bei diesem Antrag wieder mal klar. Denn die Zielsetzung ist ja klar, sie wollen volle Mobilität zwischen den Krankenkassen der Mitgliedsländer, zumindest aber, wie es im Antrag heißt, zwischen Deutschland und Benelux. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Natürlich helfen wir unseren Nachbarn in Notfällen und behandeln sie auch in unseren Krankenhäusern. Und genauso, wie wir die Hilfe im umgekehrten Fall erwarten und erwarten dürfen. Ob es allerdings sinnvoll ist, gleich alle Grenzen einzureisen, das wagen wir zu bezweifeln. Und das können wir dann auch im Ausschuss gerne noch etwas eingehender diskutieren. Das Leistungsniveau ist nämlich sehr unterschiedlich. In den Niederlanden müssen die Pflichtversicherten zum Beispiel mit deutlich höheren Eigenanteilen rechnen. In Belgien ist wiederum die Arztdichte viel schlechter als bei uns in Deutschland. Es ist also mindestens denkbar, dass eine allzu einfache Mobilität zwischen den verschiedenen Gesundheitssystemen nicht im Interesse der Beitragszahler ist, insbesondere nicht im Interesse unserer Beitragszahler. Schon jetzt müssen die ja dank Ampelkoalition für immer mehr Menschen Kosten übernehmen, die nicht auch jemals nur einen Cent in das System einbezahlt haben. Und meine Damen und Herren von der FDP in Ihrem Antrag bringen Sie ja zur Untermauerung und gerade in der Rede war es ja auch nochmal zu hören, quasi auch noch gleich ein Beispiel, das hoffentlich nie Schule machen wird. Nämlich das von einem belgischen, ja man würde sagen Ärztehopper, der zu deutschen und niederländischen Ärzten pendelte, bis dann irgendwann die gewünschte Diagnose herauskam. Das ist aber genau das, was unser Gesundheitswesen nicht braucht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das belgische oder das niederländische Gesundheitswesen so etwas braucht. Schon jetzt sind die Kassen leer und die Beiträge steigern. Teure Fantastereien von wahrscheinlich privatversicherten Kollegen braucht da wirklich keiner. Wir werden nachher, wie gesagt, gerne mit in den Ausschuss überweisen. Ich bezweifle aber, dass wir da am Ende zusammenkommen. Vielen Dank.